Niemand hat den Typen vermisst Schabbi Alonso gesperrt, Leverkusen Klartext nach Tribünenauftritt. Schabbi Alonso ist zusammen mit Bayer Leverkusen eines der prägenden Gesichter des Erfolgs. Beim 5 zu 1 zusammen mit Eintracht Frankfurt mussten die Sese und jene Werkselfstars zumindest in dem Stadionplatz im Innern aber auf ihren gesperrten Trainer verzichten. Er ist der Architekt des Erfolgs von Bayer Leverkusen, kann sich in der finalen Saisonphase selbst noch zu einem Trippeltrainer krönen. Schabbi Alonso, 42, darf nur jetzt auf eine sensationelle Spielzeit zurückblicken. Unter dem Bayerkreuz ist der Welt- und Europameisterschaftssieger längst ein Held. Wenn schon die Sese und jene Benennung einer Straße hinter Alonso wird bereits diskutiert. Dass er selbst kommende Saison an der Seitenlinie auf den Füßen aufrecht stehen wird, sorgte am Ende bereits für Erleichterung. Mai 2024, bei dem 5 zu einem Triumph in Frankfurt dennoch. Einen Vorzeichen auf die Sese und jene ferne Zukunft gab es an dem Sonntag, 5. Schabbi Alonso musste zusammen mit Leverkusen Triumph in Frankfurt zuschauen, denn verbindlich ist zusammen mit aller Alonso Euphorie. Ewig wird der frühere Weltklasse-Spieler nicht in Leverkusen auf der Trainerbank sitzen. Schon jetzt wird mit Vereinen den Real Madrid, Bayern München oder dem FC Liverpool allerdings dasjenige oberste Regal gehandelt, so wie es aufgrund dessen den möglichen nächsten Hosenschritt in seiner Karriere geht. Dass Alonso an dem Wochenende nicht in seiner Coaching-Zone, sondern ob ich auf der nicht überdachte Zuschauertribünen-Platze saß. Nur kein Testlauf, sondern lieber dessen Gelbsperre in der Bundesliga geschuldet. Der Anblick auf die Sese und jene 90 Minuten in ungewohnter Umstand förderte an diesem Punkt aber durchaus überraschende Erkenntnisse zutage. Obwohl die Sese und jene Meisterspieler der Werkself keine Anlass auslassen, die Sese und jene Bedeutung ihres Trainers für die Sese und jene jüngsten Erfolge zu betonen. Bekannte der Hinterabpfiff an dem Mikrofon des Sportsenders Höchstsel BST, Niemand hat den Typen vermisst, der mehrheitlich auf der Bank sitzt, obwohl er den Stapel mit einem sichtbaren Gefeixe aussprach. Das hatte ihn diesmal, abgesehen von den üblichen Aufgaben, gezwungenermaßen in der Zweck den Chefcoach vertreten. War es Alonso vornehmlich wichtig, den Ausprägung seines Trainerteams zu betonen. Es war sehr einfach, zu kommunizieren und den Spielern die Sese und jene taktischen Dinge zu vermitteln. Die Sese und jene wir gesehen haben, lobte Alonso. Die Spieler haben es veritabel 1a gemacht, der Steph auf der Bank selbst. Angesichts seiner dennoch etwas beschränkten Zugriffsmöglichkeiten dürfte er dennoch befreit sein, Die Sese und jene letzten entscheidenden Spiele der Leverkusener Rekordsaison nochmal auf dem angestammten Sportplatz auf Ältetut der Grasteppich nachsteigen zu dürfen.